Wir Menschen werden immer wohlhabender und dadurch sind auch viele von uns dazu bereit, ein halbes Vermögen für einzelne Luxusgüter auszugeben. Egal, ob wir jetzt ein T-Shirt für 300 Euro nehmen, eine Jacke für 1000 Euro oder Handtaschen für sogar mehrere 10.000 Euro. Warum ist das jetzt so interessant für uns beide als Investoren, fragst du dich? Naja, wenn wir jetzt mal auf den Gesamtmarkt für Luxusgüter schauen, ist dieser vom Jahr 2016 auf 2021 um 50% auf 300 Milliarden Euro angewachsen. So, und das spiegelt sich nicht nur im Gesamtmarkt wieder, sondern auch bei den einzelnen Unternehmen. Wir haben Unternehmen mit einem starken Wachstum, mit hohen Dividenden und mit kernsoliden Bilanzen. Ja, und genau deshalb schauen wir uns heute mal eben fünf von diesen Aktien an und wie wir von diesem Trend hin zu Luxusgütern profitieren können als Investoren. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Video und KAPE dir! Bevor wir uns jetzt aber die fünf Aktien im Detail angucken, macht es natürlich erstmal Sinn, sich den Gesamtmarkt für Luxus ein bisschen genauer anzugucken. Warum hier so ein großes Potenzial liegt, ja? Ich habe dafür jetzt ganz bewusst mal ein Report, ein Bericht ausgewertet von DLOT namens Global Power of Luxury Goods 2022. Ich packe dir den Link hier nochmal in der Beschreibung. Ich fand, das ist ein ziemlich umfangreicher Report, wo eben 100, die top, also die größten 100 Unternehmen aus dem Luxusbereich ausgewertet wurden und daraus halt ein paar Ergebnisse festgestellt wurden, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ja? Erstmal müssen wir festhalten, was ist denn jetzt nach unserer Definition überhaupt ein Luxusgut? So, und wir besprechen mir heute nicht sowas wie Autos oder Luxusreisen, sondern primär Personal Luxury Goods, also sowas wie Kleidung, Schmuck, Lederwaben, also grundsätzlich alles das, was du kompakt bei dir beitragen kannst, kann man quasi sagen, ja? Und die Ergebnisse aus diesem Report sind, dass der Durchschnitt von diesen 100 Unternehmen in der Gewinnmarge 12,2% beträgt, ja? Das heißt, wir haben hier Unternehmen mit sehr hohen Gewinnmargen und gleichzeitig konnte der Gesamtmarkt vom Jahr 2020 auf 2021 um 21,5% wachsen, ja? Hier muss man natürlich nochmal kritisch anmerken, dass das Jahr 2020 natürlich durch die Pandemie, durch den ganzen Lockdowns etwas schlechter war und dadurch dieser prozentuelle Anwachs auf 2021 ein bisschen höher war. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal an das durchschnittliche Wachstum der letzten 5 Jahre schaut im Gesamtmarkt, sehen wir, dass das Wachstum auch 7% pro Jahr beträgt, ja? Also hier haben wir wirklich schon einen langfristigen Trend, kann man sagen. Ein anderer interessanter Fakt ist auch, dass wir eine sehr hohe Konsolidierung in diesem Luxussektor haben, ja? Was bedeutet das? Es ist quasi so, dass sehr wenige Unternehmen einen sehr hohen Marktanteil besitzen, ja? Von diesen 100 Unternehmen, die ausgewertet wurden, haben die Top 10 56,2% Marktanteil auf den Umsatz basierend. Und damit kommen wir auch schon zu den Top 5 Luxusaktien, meiner Meinung nach, zu sprechen. Und wie du auch schon aus dem Titel nehmen konntest, wir werden uns hier vor allem auf Unternehmen fokussieren, die erstmal ein starkes Wachstum aufweisen, gleichzeitig aber auch schon eine hohe Dividende ausschütten. So, und diese 5 Aktien werden wir so durchgehen, dass wir erstmal bei dem größten Unternehmen starten und uns immer weiter zu dem kleinsten Unternehmen durcharbeiten, damit auch für jeden, was dabei ist. Und damit starten wir schon die erste Aktie rein und das ist LWMASCH. Hier haben wir den weltweit größten Luxuskonzern, wenn wir uns mal auf diese Auswertung von den Top 100 Unternehmen beziehen, hat LWMASCH hier einen gesamten Marktanteil von 32%, ja? Wir haben hier das größte Luxuskonglomerat und man kann ja eigentlich schon sagen, dass wir einen halben Luxus-ETF haben. Warum, wirst du gleich nochmal sehen. Erstmal gehen wir auf die Umsatzverteilung ein, ja? Wir sehen, dass LWMASCH in mehreren Segmenten aktiv ist. Primär macht man den Umsatz wirklich mit Fashion und Leathergoods, ja? Also wirklich Lederwaren wie Handtaschen, was wir gleich auch noch sehen werden. Oder einfach normale Klamotten, ja, T-Shirts, Hemden, etc. Dann ist man auch im Bereich Parfüm aktiv. Dann noch im Bereich Schmuck, wo man letztens auch eine Übernahme mit Tiffany getätigt hat. Dann hat man noch Selective Retailing and Other Activities. Und hier geht es vor allem darum, dass LWMASCH noch sehr große Shopping-Centers in Paris zum Beispiel besitzt. Ja, in Frankreich allgemein. Aber mit dem Fokus auf Luxus natürlich. Dann hat man noch den Bereich Vines and Spirit. Und damit gehen wir auch mal schon mal in die einzelnen Marken bei LWMASCH rein. Hier habe ich auf Instagram schon vor einem Jahr circa meine Grafik ausgewertet. Mit allen Marken, die im LWMASCH-Konzern mit drin sind. Wie wir hier schon sehen können, ja? Wir haben hier wirklich ein gigantisches Markenuniversum von vielen Marken, die man halt einfach auch kennt, ja? Im Bereich Uhren und Schmuck, Bulgari, Tiffany & Co., Hublot, ja? Wenn wir mal in den Bereich Parfüm reingehen, Christian Dior, Löwe oder gut, die anderen kenne ich jetzt tatsächlich irgendwie nicht. Dann haben wir noch den Bereich Mode und Lederwaren, ja? Die bekanntesten Marken, wie zum Beispiel Louis Vuitton. Louis Vuitton macht im Gesamtkonzern, obwohl man halt wirklich schon 80 Milliarden Euro Umsatz macht, auch einen sehr großen Prozentanteil davon aus, ja? Also wir sehen, ein sehr breit aufgestellter Konzern. Und wie wir sehen können, ein halber ETF schon fast. Falls sich mehr von solchen Grafiken interessieren sollten, kannst du auch gerne mal auf mein Instagram-Profil sascha.junglas vorbeischauen. So, und da ich ja gerade schon die Marke Louis Vuitton angesprochen habe, die bei LWMASCH wirklich einen signifikanten Anteil am Umsatz macht, habe ich hier nochmal eine kleine Grafik mitgebracht, wie bedeutsam die Marke insgesamt ist. Ja, Statista 2019, kann man ein bisschen die Aktualität natürlich kritisieren, aber diese Rangliste stimmt aktuell immer noch so ungefähr, nur dass die Markenwerte sich ein bisschen erhöht haben. Und man kann feststellen, dass Louis Vuitton die wertvollste Luxusmarke auf der Welt ist. Damit kommen wir auch schon auf die Zahlen von LWMASCH zu sprechen. Und was wir sehen können, die Aktie ist aktuell mit einem Kurs von 805 Euro bewertet, was eine Marktkapitalisierung von 404 Milliarden Euro bedeutet. Ja, hier sehen wir mal wirklich diese enorme Größe und natürlich auch, dass wir hier den größten Luxuskonzern der Welt haben. Weiter macht man schon einen Umsatz von 80 Milliarden. Und wie wir jetzt hier links in der Grafik auch schon erkennen können, ist dieses Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren um 13,18% pro Jahr angestiegen. Ja, wir haben hier starke Wachstumsraten. Und das EBIT-Wachstum, der operative Gewinn, konnte sogar um 21% pro Jahr steigen. So, wenn wir mal auf die Margen gucken, ja, die konnten Jahr für Jahr immer weiter ausgebaut werden. Und das spiegelt sich auch ein bisschen der finanziellen Stabilität wieder, weil wir haben hier eine Eigenkapitalkode von 42,6%. Einen dynamischen Verschuldungsgrad. Also die Dauer an Jahren, die wir benötigen mit unserem jetzigen Cashbestand und unserem Free Cash von das Geld, was am Ende des Jahres auf unser Konto landet, unsere Schulden zurückzuzahlen, beträgt 1,8. In zwei Jahren wären wir theoretisch schuldenfrei. Ziemlich guter Wert, Zinskostendeckungsgrad, oder Zinsdeckungsgrad beträgt in dem Fall 55. Das heißt, wir können mit unserem operativen Gewinn heute 55 mal die Zinskosten decken. Ja, das ist ein absolut prima Wert. Dividende sieht auch ziemlich gut aus. Ja, aktuell schüttet man eine Dividende von 12 Euro aus pro Jahr und hat eine Dividendenrendite von 1,5%. Das alles bei einer Ausschnittungsquote von 44,81% auf den Free Cashflow bezogen. Also wir haben immer noch genügend Geld übrig, um weiter in das operative Wachstum zu investieren. Aber nicht nur das Umsatzwachstum ist gut, sondern auch das Dividendenwachstum, nämlich mit einem Wert von 23,36% in den letzten fünf Jahren im Schnitt. Bei der Bewertung, das ist jetzt eher so ein bisschen der kritische Punkt, sehen wir, dass wir ein KGV von 28,7 haben. So, ein KGV von 5,1 und ein Kurs Cashflow-Verhältnis von 22,7. Was wir gleich noch im Konkurrenzvergleich sehen werden, relativ teuer ist. Erstens, das ist der erste Kritikpunkt. Zweitens sehen wir, dass LWR-Marsch in den letzten fünf Jahren 13% pro Jahr im Umsatz gewachsen ist. So, wir haben eben aber gesehen, der Gesamtmarkt wächst gerade mal um 7% pro Jahr. Das heißt, LWR-Marsch ist eben gefühlt der Gesamtmarkt. Hier sehen wir schon diese Diskrepanz, dass langfristig eben dieses Wachstum vielleicht höchstwahrscheinlich nicht durchgesetzt werden kann. Damit kommen wir schon zur zweiten Aktie zu sprechen, nämlich MS. So, MS im Vergleich zu LWR-Marsch, die wir gerade gesehen haben, fahre nämlich einen ganz anderen Ansatz. Wir haben ja zwar auch schon den zweitgrößten Luxuskonzern weltweit, aber hier fährt man im Gegensatz zu LWR-Marsch eine Einmarkenstrategie. Nicht so breit diversifiziert, sondern sehr fokussiert. Wenn wir mal auf die Umsatzverteilung schauen, sehen wir, dass wir hier ein ziemlich ähnliches Profil wie bei LWR-Marsch haben. Wir machen einen Großteil der Umsätze mit Leather Goods, aber mit dem Zusatz Ancelery. Denn MS kommt ursprünglich nämlich aus dem Bereich Pferderennen. Und man fertigt nämlich immer noch hochqualitative Pferdesättel an. So, dann ist man auch hier in Ready-to-Wear-Accessories aktiv, ja. Da macht man 27% aller Umsätze mit. Da geht es vor allem darum, um normale Kollektionen, sowas wie im Bereich normale Hemden oder auch T-Shirts. So, dann ist man auch in mehreren anderen Segmenten aktiv, wie Perfum & Beauty oder Watches. So, aber was ganz interessant bei MS nämlich ist, wenn wir es mal mit Louis Vuitton vergleichen. Wir sehen, Louis Vuitton-Taschen, schon absolut teuer. Ja, wir haben hier Taschenwert von über 2.000 Euro. Ja, das geht nur immer weiter höher. Wenn wir aber dann mal dagegen schauen, wie viel Hermes für ihre Taschen verlangt, dann sehen wir jetzt hier einen Wert von 34.000 Euro. Das ist ein Vierfache von dem, was Louis Vuitton für ihre Taschen verlangt. Jetzt muss man hier nochmal kritisch sagen, das ist der Resell-Wert. Nicht der Wert, der jetzt ursprünglich vom Unternehmen verkauft wurde. Der liegt aber immerhin auch bei zwischen 10.000 und 15.000 Euro für zum Beispiel so eine Kelly-Bag. Bei den Zahlen sehen wir, dass MS aktuell mit einem Kurs von 1.037 Euro bewertet ist. Was in Summe bedeutet eine Marktkapitalisierung von knapp 182 Milliarden Euro. Wenn wir ein bisschen auf die Grafik links schauen mit dem Umsatzwachstum, sehen wir, dass der Umsatz inzwischen bei 12 Milliarden Euro liegt aktuell. Und gleichzeitig dieses in den letzten fünf Jahren im Schnitt um knapp 16 Prozent pro Jahr gesteigert werden konnte. Ziemlich starker Wert. Das EBIT-Wachstum ist sogar noch stärker. Der operative Gewinn konnte nämlich um knapp 20 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Und wir haben ja eben schon gesehen, dass diese Taschen für einen wirklich signifikant hohen Preis verkauft werden. Und das spiegelt sich nämlich auch in der Profitabilität wieder bei MS. Weil bei MS ist mit Abstand der profitabelste Hersteller von Luxuswaren in diesem Bereich. Bei der finanziellen Stabilität spiegelt sich das auch wieder ein bisschen so mit den Margen wieder. Weil hier haben wir nämlich eine Eigenkapitalquote von 71 Prozent, einen dynamischen Verschuldungsgrad von 0. Das heißt, wenn man jetzt sein ganzes Cash benutzen würde, um die zinstragenden Schulden zurückzuzahlen, wäre man schuldenfreiher, phänomenaler werden. Zinsdeckungsgrad von 260. Hier wird man auf jeden Fall keine finanziellen Probleme haben. Also wirklich Top-Bilanz. Auch von den fünf Aktien, die wir uns heute anschauen werden, die finanziell am besten aufgestellte. Ja, Dividende liegt aktuell bei einem Wert von 8 Euro pro Jahr mit einer Dividendenrendite von 0,46 Prozent. So, ist nicht ganz so viel. Dafür ist hier die Ausschüttungsquote noch nicht ganz so hoch wie bei LWMH. Ja, mit einem Wert von 22,5 Prozent. Und wir haben sogar ein Dividendenwachstum von 16,36 Prozent in den letzten fünf Jahren. Allerdings muss man hier kritisch anmerken, dass die Dividende nur wirklich sprunghaft von 2021 bis 2022 stark angestiegen ist. Ja, wenn wir mal auf die Jahre davor gucken, ist das eher stagniert. So, das war jetzt ziemlich viel Optimismus und wir haben ein wirklich operativ starkes Geschäft. Ja, wenn wir dagegen auch mal auf die Bewertung schauen mit einem KGV von 55,2, einem KUV von 16 und einem Kurs-Cash-Four-Verhältnis von 48,6, sehen wir, dass dieses operative Geschäft, dass dieses Potenzial eben auch nicht umsonst ist. Ja, und meiner Meinung nach starkes Unternehmen, sehr interessant, aber einfach zu teuer. Damit kommen wir auch schon zur dritten Aktie zu sprechen, nämlich Kering. Kering ist ähnlich strukturiert wie LWMH. Ja, wir haben hier wirklich einen großen, breit diversifizierten Luxuskonzern, nur ein bisschen fokussierter. Ja, LWMH ist wirklich mit 75 Marken relativ breit von den einzelnen Marken auch diversifiziert. Kering hat auch mehrere Marken im Haus, allerdings machen die Top 3 bis 5 Marken wirklich auch einen sehr großen Anteil des Umsatzes aus. Ja, vor allem die Marke Gucci, die wir jetzt hier irgendwo wahrscheinlich auch sehen können, genau hier, macht nämlich knapp 50% der Umsätze aus. Wenn wir mal ein bisschen so in dieses Markenportfolio reinschauen, sehen wir, dass wir bei verschiedenen Segmenten wirklich unterschiedliche Marken mit dabei haben. Ja, wir haben Yves Saint Laurent mit dabei, wir haben Bottega Veneta mit dabei. Im Bereich Schmuck hat man zum Beispiel noch Boucheron, Pomelato, Dodo. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, weil ich die Marken noch nie gehört habe. Aber wir gehen mal auf den Aus, das ist richtig, ja. Kering Eyewear beispielsweise, da haben wir auch die anderen Marken mit dabei, die wir eben schon gesehen haben. Aber hier gibt es beispielsweise noch so Marken wie Balenciaga oder Alexander McQueen. Wenn wir mal einen Blick auf die Umsatzverteilung werfen, sehen wir hier, das geht nach der Umsatzverteilung nur von der Marke Gucci. Aber das können wir eigentlich auch gut auf die anderen Marken so ungefähr übertragen, ja. Hier macht man nämlich 52% mit Lederwaren, 21% mit Schuhen, 15% mit Ready-to-Wear. Ja, also wieder sowas wie Hemden, T-Shirts und so weiter. 5% mit Schmuck und 7% mit anderen Sachen. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen auf die anderen Marken zu sprechen kommen, sehen wir eben genau das, was ich eben gesagt habe. Ja, Gucci macht mit 10,5 Milliarden Euro, ja. Von dem 20,3 Milliarden Euro Umsatz natürlich einen sehr, sehr großen Anteil davon aus, ja. Danach kommen direkt schon Yves Saint Laurent und Bottega Veneta und die machen in Summe ja schon 75% aller Umsätze aus, ja. Also hier hat man wirklich keine große Diversifikation, sondern eher eine Fokussierung. Damit kommen wir auch schon auf die Zahlen von Kering zu sprechen. Wir haben einen Kurs von 547 Euro bei einer Marktkapitalisierung von 68,2 Milliarden Euro. Wenn wir einen Blick auf das Wachstum werfen, sehen wir, dass dieses, wenn wir auf das durchschnittliche Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren schauen, nicht so stark im Vergleich zu den anderen Unternehmen ausgefallen ist, mit einem Wert von 5,63%. Das EBIT-Wachstum dagegen war aber wieder sehr stark mit 15,61% pro Jahr. Das liegt vor allem daran, wir gehen ja von der Compound Annual Growth Fed, die kumulierte Wachstumsrate von 2017 bis 2022 aus. Und 2017 ist jetzt in der Grafik hier nicht mit enthalten. Da war der Umsatz ein bisschen höher als 2018, deswegen fällt das jetzt nicht so signifikant aus. Bei der Profitabilität sehen wir, dass diese sukzessive verbessert werden konnte, ja. Auch die Free Cash-Vermarge ist ziemlich gut. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir jetzt nicht 100% sicher bin, ob wir im Jahr 2018 einen Sondereffekt hatten, der den Gewinn positiv beeinflusst hat. Das sieht nämlich jetzt hier sehr stark danach aus. Deswegen schau hier besser selbst nochmal vorbei. Beim Blick auf die finanzielle Stabilität sehen wir, dass wir eine Eigenkapitalquote von 41% haben. Ist jetzt nicht der beste Wert, aber der dynamische Verscheunungsgrad, haben wir es auch mal, von 2,35% ist natürlich vollkommen ausreichend. Und der Zinsdeckungsgrad von 21,5% natürlich auch. So, beim Blick auf die Dividende sehen wir jetzt in der Grafik da unten, dass die Dividende zwar sukzessive am Steigen ist, ja richtig, aber sehr stark am Schwanken ist. Also wir hatten 2019 einen ziemlich hohen Wert, der ist dann wieder abgeflaggt, wobei wir natürlich 2020 auch die Pandemie haben, ja. Grundsätzlich haben wir trotzdem ein stabiles Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren von 21,14% pro Jahr. So, bei einer Dividende von 12 Euro pro Jahr und einer Dividendenrendite von 2,2%. Gleichzeitig ist die Ausstellungsquote ähnlich wie bei LWMarsch bei knapp 50%. Das heißt, auch hier genügend Geld zum Wachstum übrig. Wir haben gesehen, das Wachstum war jetzt vielleicht nicht das stärkste, aber das spiegelt sich auch wieder ein bisschen in der Bewertung. Ja, wir haben ja ein solide aufgestelltes Unternehmen mit nur einem KGV von 19, ja, einem Kursumsatzverhältnis von 3,4% und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 15,1%. Meiner Meinung nach eine ziemlich attraktive Bewertung aktuell, nur auf Zahlenebene. Ich muss mir das Unternehmen nochmal ein bisschen operativ, ein bisschen genauer anschauen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob ich hier vielleicht zukünftig nochmal einsteigen werde. Damit kommen wir aber auch schon zur vierten Aktion, nämlich Montclair. Ja, Montclair kommt nämlich ursprünglich aus den Bergen. Im Jahr 1950 circa wurde man gegründet und man hat sich ausschließlich auf Sportbekleidung fokussiert, ja. Deswegen ist man immer noch auch sehr stark damit vertreten, wie wir es hier sehen können, wirklich solche dicken Daunenjacken herzustellen, die auch für einen ordentlichen Preis für 1.000 Euro verkauft werden, ja, was wir vielleicht auch in den Margen sehen werden. Im Jahr Ende 2020 hat man dann zusätzlich noch ein Unternehmen übernommen, nämlich Stone Island, ja. Die fahren, wenn wir uns mal die Designs miteinander vergleichen, wirklich gut harmonieren meiner Meinung nach, ja. Also wir sehen, Stone Island passt ziemlich gut in den Markenkern von Montclair mit rein, weil das Design auch sehr minimalistisch ist etc. Ja, das ist zumindest meine persönliche Meinung jetzt. Und wir sehen hier auch, hier werden zum Beispiel auch Pullover, Sweatshirts im Wert von mehreren, ja, 4 bis 500 Euro verkauft. Also auch ziemlich ordentlich. Wir gucken uns heute ja vor allem Dividendenwachstumsaktien an und bei Montclair überwiegt vor allem dieses Wachstum, wie wir hier sehen können, ja. Wie Montclair ist aktuell mit einem Kurs von knapp 60 Euro bewertet, mit einer Marktkapitalisierung von 15,8 Milliarden. Wir sehen, wir haben ein etwas kleineres Unternehmen insgesamt mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. So, das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahren lag bei ca. 17%, das EBIT-Wachstum bei 17,8%. So, wir sehen bei den Margen, die konnten sukzessive angehoben werden. Nochmal zu den Zahlen an sich. 2022 ist jetzt der prognostizierte Wert, den ich aus dem Aktienfinder entnommen habe. Ich habe jetzt im Nachhinein noch ein bisschen Recherche betrieben und mir ist aufgefallen, dass die Bilanz von 2022 schon vorliegt, ja. Ich hätte es jetzt eigentlich auch ändern können, ich hatte aber keinen Bock, ich bin ehrlich zu dir, weil die Zahlen auch eigentlich immer noch ziemlich stark mit den realen Ergebnissen korrelieren. So, bei der finanziellen Stabilität sehen wir, dass wir eine Eigenkapitalquote von knapp 60% haben, also in einem ziemlich ordentlichen Bereich. Dynamischer Verschuldungsgrad liegt bei 0. Das heißt, wir können mit allen Cashreserven, die wir jetzt aus dem Bankkonto rumliegen haben, die zinstagende Schulden begleichen. Der Zinsdeckungsgrad mit 28 ist auch ziemlich optimal. Bei der Dividende sehen wir jetzt kein schlechtes Bild, nee, das will ich jetzt auf keinen Fall behaupten. Aber wir sehen, dass 2020 zum Beispiel die Dividende komplett ausgelassen wurde, ja. Was meiner Meinung nach angesichts der finanziellen Lage zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung ist. So, wir sehen, dass wir insgesamt eine Dividende von 60 Cent aktuell haben, was für eine Dividendenrendite von 1% sorgt und eine Ausstellungsquote von 21% bedeutet. Ja, das heißt, es ist immer noch ausreichend Geld zur Verfügung, um in Wachstum, in die Expansion zu investieren. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre währenddessen beträgt 27,3%. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Bewertung zu sprechen und hier sehen wir, dass wir aktuell einen KGV von 27 haben. Das Kursumsatzverhältnis liegt bei 6,1% und das Kurs-Cash-Low-Verhältnis bei 21,5%. So, wenn wir das jetzt nochmal zum Beispiel zu LWMarsch in Relation setzen, die ja schon sehr groß sind und quasi schon den Markt darstellen, nicht mehr so viel Wachstumspotenzial haben, aber immer noch sehr teuer bewertet sind, stellt diese Bewertung hier aktuell, wirkt die sehr attraktiv auf mich, muss ich ehrlich sagen. Allerdings bin ich mir noch nicht 100%ig klar, ob ich hier jetzt aktuell investieren werde. Ich sehe ein hohes Potenzial, ich finde die Zahlen ziemlich stark. Ich halte dich auf dem Laufenden, vielleicht sage ich dir am nächsten Video Bescheid. Damit kommen wir aber schon zur letzten Aktie zu sprechen, nämlich Canada Goose Holdings. Und damit haben wir tatsächlich auch das kleinste Unternehmen, was ich dir heute vorstellen werde. Das habe ich ganz bewusst ausgewählt, damit wir so ein bisschen mal was anderes als diese ganzen Dickschiffe haben. Ja, LWMarsch mit 400 Milliarden Börsenwert. Wenn wir hier mal auf das Produktportfolio gucken, sehen wir, dass man sich sehr stark auf Winterbekleidung fokussiert hat. Und beim genauen Blick sehen wir auch, dass hier zum Beispiel Jacken für über 1000 Euro verkauft werden. Also hier kann man quasi sagen, hier fährt man so eine ähnliche Strategie, nur mit einem stärkeren Fokus eben auf diese Winterbekleidung wie Montclair. Damit kann man auf die Zahlen von unserem letzten Unternehmen zu sprechen. Bevor wir jetzt hier rein starten, damit es jetzt hier keine Verwirrung geht, die Zahlen sind alle in Canadian Dollars. Ja, nicht mehr in Euro, damit es jetzt gleich keine Verwirrung gibt. Okay. Beim Kurs sehen wir, wir haben aktuell einen Wert von 25,99 und eine Marktkapitalisierung von 2,8 bzw. 2,7 Milliarden Canadian Dollars. So, wenn wir mal einen Blick auf das Umsatzwachstum werfen, sehen wir, dass das in den letzten 5 Jahren ziemlich stark war mit einem durchschnittlichen Wert von 22,16%. Das EBIT-Wachstum in den letzten 5 Jahren auch mit einem Wert von 31% pro Jahr. Allerdings muss man auch sagen, dass das Wachstum Jahr für Jahr immer weiter abgeschwächt ist. Und im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die jetzt vor allem im Jahr 2022 sehr starkes Wachstum erzielen konnten, Canada Goose nicht so gutes Wachstum erzielt hat. Ja, das sollte man schon kritisch anmerken. Okay. Werfen wir mal einen Blick auf die Profitabilität. Und hier können wir sehen, dass hier sich dieses kritische Bild ein bisschen auch spiegelt. Ja, die Free-Cash-For-Marge ist sehr stark am Schwanken über die letzten paar Jahre und die Profitabilität ist sukzessive gesunken. Bei der finanziellen Stabilität, und da habe ich jetzt auch noch eine kleine Grafik mitgebracht, sehen wir, dass wir aktuell einen Wert von 32, also eine Kapitalquote von 32% haben. In den letzten 5 Jahren hat sich dieser Wert aber auch wiederum verschlechtert. Ja, der dynamische Verschuldungsgrad beträgt ca. 3,8 Jahre. Ja, das wirkt jetzt im Vergleich zu den anderen Luxusunternehmen nicht sonderlich gut. Aber grundsätzlich kann man beim Richtwert von 4 sagen, dass alles darunter eigentlich noch ein adäquater Wert ist. Ja, gut. Und vor allem, wenn wir es auch auf andere Branchen beziehen, da einen Vergleichsmaßstab ziehen. Insgesamt sind die Unternehmen in der Luxusbranche nämlich insgesamt immer sehr finanziell stabil. Okay. Kurzer Exkurs dazu. Der Zinsdeckungsgrad beträgt 4,73 und das ist ziemlich negativ, weil wir halt nicht so oft unsere Zinskosten decken können. So, kommen wir mal auf die Dividende zu sprechen. Und du siehst, ich glaube, ich habe dich mit dem Titel schon so ein bisschen verarscht. Ja, denkst du dir vielleicht. Weil ich habe gesagt, wir haben ein starkes Wachstum plus Dividende. Hier haben wir starkes Wachstum, keine Dividende. So, ich wollte dich natürlich nicht verärgern, aber ich wollte dir auch mal ein Unternehmen zeigen, was eben nicht so ein gigantisches Dickschiff mit 400 oder 200 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist, sondern was eben noch ein kleinerer Wert ist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Small Cap fokussieren kannst. Weil bei den ganzen kleinen Werten haben wir es meistens so, dass da einfach keine Dividende mit dabei ist. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wenn wir mal einen Blick auf die Bewertung werfen, sehen wir, dass wir aktuell einen Wert von KGV von 26,4 haben, einen Kursumsatzverhältnis von 2,3 und Kurs-Cashflow-Verhältnis von 34,5. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist relativ zu den anderen Unternehmen ziemlich identisch. Dafür haben wir natürlich auch ein stärkeres Wachstum insgesamt. Aber auch natürlich ein höheres Risiko, weil die finanzielle Stabilität nicht so stabil ist. Das Kursumsatzverhältnis ist ziemlich günstig im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Mit nur einem Wert von 2,3 und Kurs-Cashflow-Verhältnis ist auch moderat mit 34,5. Also Penner, falls dich die Top 5 Luxusaktien interessiert haben, dann würde ich dir empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, damit du nämlich das nächste Video auf diesem Kanal nicht verpassen wirst. Denn da werden wir uns nämlich die Montclair-Aktie Stück für Stück genauer angucken. Und ich habe ja bereits angerissen, ich sehe wirklich eine attraktive Chance, hier vielleicht einzusteigen. Ich bin mir selbst aber auch noch nicht sicher. Das wirst du dann aber am nächsten Video erfahren, also abonniere diesen Kanal hier. Falls das Video schon draußen ist, werde ich dir das hier oder hier... Ich raffe einfach nicht, wo ich das einblenden werde. Höchstwahrscheinlich hier werde ich es dir einblenden. Genau, wir sehen uns beim nächsten Video und tränkt dann Memento Mori. Und dann, wenn wir uns bei 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 uns bei